Das muss doch der Hogwider sein, glaube ich, oder? Moin, moin, meine Freunde! Auf meinem Main-Account haben wir das Update ja schon ausgiebig gespielt und auch heftig die Pay-to-Win-Keule geschwungen. Doch ich habe ja nicht nur meinen Pay-to-Win-Account, sondern auch noch nebenher mein Free-to-Play-Projekt und da ist heute der letzte Tag, wo ich mir Optimus Prime sichern kann. Das heißt, wir gehen da heute megamäßig rein und es wird noch ein 10-Star-Shest-Opening geben, weil wir ja noch die Gratis-Star-Shest im Shop haben und vielleicht sehe ich ja meine erste Ultimate auf meinem Free-to-Play-Account. Wenn euch mein Content gefällt und ihr mehr Free-to-Play sehen wollt, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare und denkt an meinen Creator-Kopsei im Shop. Guckt euch mal an, wie es hier aussieht. Digga, du wirst erschlagen. Ich war jetzt, keine Ahnung, eine Woche oder so nicht mehr drin. Event, 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 Zauber-Event, Optimus Prime-Event, Piñata, Star-Shest. Puff. Wir müssen jetzt eins nach dem anderen machen. LOL, ich war seit dem Update mit den Emotes nicht mal mehr drin. Wie krank ist das denn? LOL, ja, zeig mir alles. Zeig mir alles. So, erstmal gehen wir hier in die Gratis-Tasche. Da wollt ihr wahrscheinlich, dass ich da als erstes reingehe. Das machen wir gleich erst. Erstmal die Kiste hier noch. Ist das krass. Okay, wartet. Wartet, wir müssen jetzt genau überlegen. Wir gucken uns jetzt erstmal den Squad an. Also, wir haben alles noch auf drei Sterne. Ne, nicht mal. Wir haben einiges sogar noch auf zwei Sterne. So, Huhn können wir schon mal entwickeln. Ich hätte mir hier die Entwicklung sparen sollen. Wir haben einige Sachen noch nicht entdeckt und auch noch nicht freigeschaltet. Also, werden wir jetzt erstmal hier nochmal die Penny abholen. Digga, wieso haben wir... Ah, LOL, ist das geil. Penny jetzt freigeschaltet. Nice. Ich bin auf Free-to-Play, bin ich voll raus. Gar keine Ahnung. Richtig krank. Öffnen wir jetzt mal eben die Piñata. Da kann ich... Oh, ich habe 1200 in meinem Hauptaccount gesammelt. Da müssen wir jetzt noch jemanden reinnehmen. Nilo. Ich glaube, Nilo hat safe über 300. Einmal kurz Game Neustarten. Oh, das war nicht die Piñata. Perfekt. Äh, wo... Hey, bin ich dumm? Wo ist die Piñata? Hier. Ach, shit. Der ist auf 0. Wie kriege ich jetzt doch eben schnell 300? Ja, und da haben wir es doch. Boah, ich liebe die Kraft der Community. Ich muss nie was auf dem Free-to-Play-Account machen und kriege immer die volle Piñata. Oh, Alter, das ist doch das Geile am Streamer-Leben. So nehme ich. Und 1690 Gold, 20 Style-Tickets. Schön. Nächste Piñata. Sauber. Oh, Magier? Welcome. 2.710. 2.710. Komm, nächste. Oh, Digga, das ist hier einfach nur ein Opening-Video. Ich spiele gar nicht mehr in meinem Video. Wir öffnen einfach Sachen. 3.890. 10 Style-Tickets. Aber 2 True-Tickets ist übrigens auch gut. So, Mini-Leon dreimal. Mini-Hexe. Und 5.200 Gold. Das ist halt... Oh, Trudenverdoppler und nochmal 10 Style-Tickets nur. Wobei Style-Tickets hier nicht so wichtig sind. Die Trudenverdreifache, Trudenverdoppler und sowas bringe ich am meisten. So, Big Piñata. Letzte. So, Big Piñata. Coals. Oh, Banditin. Stimmt. So geil, dass ich die Banditin hier habe. 7.000 Gold. Wow. 2 Verdoppler. Ist gut. Ist gut, Digga. Sehr gut. Okay, dann die Kiste noch. Digga, was können wir denn noch alles machen? Die Starship machen wir ganz zum Schluss. Dann müssen wir uns hier noch bei Optimus Prime den Optimus Prime abholen. Dass wir den zumindest auf Baby haben. Eigentlich ist es so dumm, den verfallen zu lassen. Morgen kommt Elite One. Ich wollte eigentlich unbedingt das Optimus Prime Event zumindest bis hier durchspielen. Aber ich habe halt jetzt 6 Stunden Turnier gecastet. Und jetzt ist es so spät, dass ich das nicht mehr schaffe. Ich überlege schon, Gold zu investieren dafür. Macht das Sinn? Boah, 45... Boah, Digga. 25.000 Gold für 50. Das ist zu teuer, ne? So viel Gold, HDA, das macht keinen Sinn. Ne, dann lassen wir Optimus Prime auf Baby. Ist dann doof. Elite One holen wir uns auf jeden Fall. Oh, im Buch. Stimmt ja. Digga, dann kann ich auch nochmal etliches abholen. Digga, erstmal den Account wieder auf aktuellen Stand bringen. Digga, ist das geil. Ist das wieder satisfying. Aber ganz viele Level waren es nicht. Zwei nur. Aber nochmal 20.000 Gold. Das ist krass, Digga. Das ist krass. Das haben wir. Was ich aber mache, ist den hier. Die 5 jetzt. Obwohl, wir spielen ja eh das Elite One Event, ne? Ne, dann mache ich das nicht. Ist Quatsch. Wie lange ist das noch da? Drei Tage. Ne, dann müssen wir in den nächsten drei Tagen einfach Elite One auf dem Free-to-Play. Dann gibt es einfach Dienstag oder so einen Free-to-Play-Account-Stream. Passt. So, Goblin-Angebot hatten wir ja schon. Belohnung abholen. Ah, ja, geil. Die Belohnung kann ich jetzt auch nochmal abholen. Oh, ne schöne. Achter. Acht Metas. Ja, das kriegen wir heute nicht fertig. Dann können wir hier einiges verbessern. Cold auf Super. Barbarenkönig. Penny einmal komplett erstmal auf Klasse springen. Optimus vor allem, dass das Neue da wegkommt. Dann Magier. Nieder. Und Wild King. So. Das haben wir jetzt alles gemacht. Dann haben wir noch im Shop was gratis. Oh, das sind so saftige Angebote hier, ne? Für den Main-Account natürlich. So was krieg ich nie auf dem Main. Tägliches Angebot im Wochen-Spezial so geil. Naja. Dann würde ich sagen, gehen wir rein, oder? Oder sollen wir uns auch einen Skin holen? Haben wir Skins im Shop? Wir haben 1600... Oh, ne, oder? Ne, es sind keine Skins, die wir uns holen, würde ich sagen. So geil sind die nicht. Leute, 10 Kisten öffnen, oder was? Ey, wenn ich jetzt auf meinem Free-to-Play-Account gleich eine Ultimate kriege, ne? Ich weiß nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Das wäre so bodenlos. Digga, das wäre wirklich bodenlos. Scheiße. Ich habe voll Angst, ne? Ich schwöre es euch. Eigentlich will ich eine Ultimate haben. Ich will eine Ultimate haben. Aber irgendwie will ich auch keine haben hier auf dem Account. Wir öffnen sie. Wir gehen rein. Wir gehen ins Ganze. Selbst die Super sind ja gut, ne? So, Bing. Eine Super ist okay. Ah, ne, 9! Lol, stimmt. Ich werde ja jetzt erstmal alles Mögliche freischalten. Das ist ja geil. Geil. Battle Healer. Und wieder? Wieder was freigeschaltet, oder was? Ne, ne, super. Sunny. Ist natürlich jetzt nicht so krass. Was freischalten wäre sogar saftig. Ja, ist wieder was freigeschaltet, glaube ich. Das ist geil. Das ist super. Und Max. Oh, das ist ja... Boah, jetzt wird es richtig Spaß machen auf dem Free-to-Player-Account. Ach, lol. Das war gar nicht die Gratiskiste, die ich geöffnet habe. Das war eine gekaufte, die zweite schon. Ja, moin. Wollen wir nochmal was freischalten, oder was? Ne, eine Super. Boah, Archer sieht auf Super auch geil aus, ne? Also vom Design her gefällt mir mega gut, die Super auch. Nächste. Wir haben noch sieben. Komm. Archer auf Super ist übrigens auch mega geil, aber ich glaube, der hat es schon auf Super. Ist wieder eine Super. Penny wäre ganz nice. Mag ich es aber auch ganz nice. Mal kurz gucken, wen brauchen wir noch so auf Super? Na, episch wäre natürlich geil, ne? Oder einer von den Neuen. So, sechs Kisten noch. Oh, komm schon. Das ist eine neue. Das ist schon wieder ein neuer Charakter. Wer fehlt uns denn noch? Dr. T vielleicht? Ne, Mortis. Den Dr. T kriegen wir erst in der letzten Welt, glaube ich. Mortis ist gut. Oh, ja. Das war relativ früh. Aber ohne Witz, ich will gar keine Ultra außerhalb der Reihe. Ich will lieber für die 5%-ige Ultimate Chance gehen. Komm, komm. Ja, das war recht früh. Also man wird sich natürlich trotzdem freuen, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Die 5%-ige ist halt krasser. El Primo. Vier noch, ne? Vier. Ist die nächste schon die garantierte? Ne, danach, ne? Joa, Pam. Kann man machen. Mal kurz auf die Chefs gehen. Doch, die hier ist schon garantiert. Die nächste ist die garantierte schon. Oh, Leute. Es ist die garantierte Ultra. Welche Ultra kriegen wir? Am liebsten von einem, den wir jetzt noch auf Baby haben. So, Ultra ist garantiert. Gib mir die Ultimate. Gib mir die Ultimate, Digga. Es ist schon mal eine Ultra. Komm, Digga, komm. Ich will einmal die Animation auf dem richtigen Account. Nein, das ist keine Ultimate. Das ist keine. Was ist? Es ist... Nein. Das ist ja der übelste Bruch. Es ist der... Es hätte jeder sein können. Und es ist der Medic. Das ist so ziemlich das Schlechteste, was du ziehen kannst. Oh, Digga. Das ist ja der Vollbruch. Aua. Da hätte ich ja lieber die Hexe gezogen. Komm, Back to Back Ultra zumindest jetzt. Komm. Ja, das war früh. Ah, schade. Das ist ja wohl bodenlos. Das ist ja wohl bodenlos. Ich hätte wirklich lieber die Hexe gezogen. Ah, aber eine super Barbar. Archer Queen ist auch gut. So, letzte Kiste. Komm. Gönn mir jetzt nochmal eine Ultra. Jetzt will ich nochmal eine Ultra haben. Oh, außerhalb der Reihe. Komm. Ah, schade. Und noch eine gewöhnliche. Komm, gib mir nochmal den Medic. Ich habe da noch nicht genug davon. Ne, ist Mavis. Okay. Digga, du kannst es dir nicht ausdenken. Das ist ja wohl bodenlos. Das ist ja wohl schmerzhaft. Aua. Aua. Hau rein, Nilo. Das tut weh. Haben wir ihn gerade in der Rotation? Nicht mal das. Ich dachte, wir können ihn jetzt noch testen. Und wisst ihr, was ich immer noch nicht freigeschaltet habe? Den Hogwider. Ich renne immer noch wie ein Dummkopf ohne Hogwider durch die Gegend. Das kannst du dir eigentlich auch nicht ausdenken, ne? Ich schwöre es, ey. Das ist ja der Account ist verhext. Der Account ist komplett verhext. Eine Runde zocken wir jetzt auch noch. Komm, den würde ich mir gerne holen. Schade. Wo ist er nicht mal unsichtbar? War ich schon unsichtbar? Ne, bin ich jetzt. So, gleich zwei Minuten, dann muss ich in die Mitte gehen. Wo ist denn dann der Medic? Komm, gucken wir jetzt mal. Ich will ihn haben dann. Das gibt es doch gar nicht. Oh, ja. Den hätte ich mir so holen können. Ja, okay. Dann bin ich ein Losti. Scheiße. Gucken wir mal. Wir kriegen einfach dann nicht. Dann Leon. Oh, Digga. Blumen, Mond. Mein Freund. Ja, okay. Ist egal. Komm schon. Oh, Bruder. Schöner passt. Nochmal. Wir nehmen jetzt immer, wenn wir können, den Ultramatic. Weil wir ihn haben. Weil wir es können. Er hat einfach schon Trader. Stimmt, es sind ja verschiedene Rotations. So, Medic Fusion. Das sollte wohl nach vorne gehen damit. Wichtig. 100 Gold übrigens. Wir nehmen noch einen Medic. Je mehr Medics, umso besser spielt man. Und noch ein. Ja, Mann. Gleich zwei Fusion Medics. Mir kann gar nichts mehr passieren. So, in zwei Sekunden ist die Mitte da. Die Mitte offen. Oh, ja. Oh, ich kriege die Dinger nicht drauf, weil ich zu wenig Damage-Dial habe. Ich bin einfach nur die Gitter. Ich muss Erster werden. Hallo. Ich habe einen Hut, war vierfach an. Tja, der Medic bringt mir halt Gorenex, ne? Leon, Fusion. Oh, er hat einen BK. Da sollte ich abhauen. Scheiße, geben die mir auf den Sack gerade noch. Oh Gott. Ist aber auch ein Müll hier. So, gucken, ob die Marke noch was regelt. Ja, Fünfter. Lol, jetzt kriege ich die Archer-Quade. Wollen die mich flachsen? Komm, gucken, ob das hier noch was bringt. Der Medic bringt mir halt gar nichts. Aber, vierter. Let's go, immerhin. Fünfter, passt, reicht fürs Video. Reicht, sage ich. Oh, stimmt, wir kriegen ja noch Bonus. Reicht. Oh Gott, da wird nichts drin sein. Da ist, ach, viermal die Bogen-Schützenkönigin. Die Kisten sind auch nicht besser als auf meinem Main-Account. Direkt erstmal rausmachen den Bums. So. Ah, GG's. So. Die machen wir noch auf hier. Nein. OMG. Ja, das ist das Beste, was hier heute passieren konnte. Das muss doch der Hogwinder sein, glaube ich, oder? Nein. Halt's Maul. Ich geh offline, so ein Ding ist das. Das ist das. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Der Account, will den jemand haben? Das kannst du dir nicht ausdenken. Wie kann ich denn als einzigen den Hogwinder noch nicht freigeschaltet haben? Das ist doch wohl ein Witz. So, Archer, ich kann noch was abholen und mir wählen, passt. Ja, eine Elbische, da kann kein Hogwinder sein. Wow. Ey, das ist ja wohl wirklich ein Fluch. Das ist ja wirklich so dämlich. Ey, wir müssen den noch bis zu der Söltenden hier, wir müssen den Pass noch durchspielen. Aber wir spielen ja sowieso das Elite-One-Event. Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Es war der maximale Nachtritt. Digga, ich wurde noch nie so von dem Spiel gebrochen. Erst ziehe ich den Medic auf Ultra und dann ziehe ich alle neuen Charaktere außer den Hogwinder. Und das ist der einzige, den ich wirklich gebrauchen könnte. Aber naja, es ist wie es ist. Müssen wir weiter reingehen. Vielleicht kriegen wir den Hogwinder ja in die Tage. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Abzahn.